Ich klebe, was auch immer. Sehr geehrte Freunde, ich bin's wieder, Eulenflex, und ich begrüße euch zu einer weiteren Part von... Äh, Dingens, Kirchen, Zelda, äh, 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 Masken-Dingens, ne? Und ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und wir haben den, den, äh, im letzten Part haben wir nichts geschafft, sind einmal fast gestorben. Wenn wir nicht Periodenblut gehabt hätten, dann wären wir weg vom Fenster. Du kannst dein Skelet mit dem Schwert nicht bezwingen. Setze eine Bombe ein. Heimund! Das weiß ich doch schon längst. Ja, und haben unser Leben für einen Eulenschnabel riskiert und einmal für gar nix. Ist das nicht schön? Hm, das ist schön. Und deswegen, hallo Skelett, man. Da ist er, der coolste Kerl. Hallo, na? Äh, redest du vielleicht mal mit mir oder so? Würde ich jetzt ziemlich cool finden, danke. So, zack. Als Kind fand ich den irgendwie viel schwerer. Echt jetzt? Ach, du bist stärker als ich! Das ist, ja, das ist jetzt Ansichtssache. Vielleicht hatte ich auch etwas Glück oder ich weiß, wie es bei dir so abgeht im Leben. Yeah! I'm sorry, aber ich war doch vor dir an dieser Truhe, Alter. Wenn du doch die Minas suchst, komm doch. Hol ihn bei mir ab. Der, der Skelett, Mann. Oh, meinst du jetzt, du bist cool oder was? Äh, wo muss ich denn lang? Kann mir mal jemand die Karte geben, bitte? Nicht? Äh, dann gehe ich jetzt erstmal hier unten lang. Aber das wird wahrscheinlich die Dreisal, so wie ich meinen Lack kenne. Schieb, schieb! Gib mir Geld. Schieb, schieb! Gib mir Geld. Oh, ich komme jetzt da aber nicht mehr hoch. Hallo, schieb, schieb! Gib mir Geld. Hallo, schieb, schieb, schieb! Bu, 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 bu! Gib mir Geld. Danke. Du hast langsam echt Kohle. Wo bin... Gut, dass man so begrüßt wird, das freut einen natürlich. Und wir bekommen... Äh, was, was, was? Also jetzt wirst du die Sterne besiegen, oder? Ja, na klar. Na klar. Kein Problem. Du bist hier drei? Nein. Der große Schüssel, wir sind schon beim Endboss. Äh, ja, aber... Warte mal, kann ich hier runter? Ja, kann ich. Kumba! Bam! Tschüss, Kumba-Mann! Äh, übrigens, du kannst dir den beiden da. Ich mag den Dungeon. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie herrsche, oder kann, oder irgendwas davon weiß, ne? Äh, ich bin wieder hier. Okay, kann ich dann vielleicht... Ja, ich denke schon. Immer diese Überlegungen, ne? Von mir, die überhaupt nichts bringen. Jetzt bin ich hier, okay. Okay. Hä? Der Stein hat ein Schlüsselloch. Okay, nein, 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 nein. Hier sind wir ganz falsch, liebe Freunde. Ich habe immer noch den Nibuskurs, den ich mal abgeben kann. Aber die Tauschquests machen wir dann demnächst. Hä, 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 never, Freunde. Am Arsch der Bar. Ich mag sowas nicht, wenn ihr so... Hör auf jetzt. Ja, wie halt wieder alle Gegner da sind. Ja, uh, der Herr hat das Stoppwerk gewechselt. Können wir alle wieder kommen? Der Herr wird nie wieder kommen. Er kommt wieder. Er versorgt euch immer noch den Arsch. Kannst du mal aufhören, bitte deine Beinknochen nach hier zu werfen? Wer bist du denn? Äh, Christoph Daum? Hm, welch Geräusch. Gut, dann gehen wir halt nach oben. Und wann auch immer Christoph Daumen beim Knochen geworfen hat. Es geht nicht darum. Ja, Umrenners. Kann man hier irgendwie was bekommen vielleicht? Ich bin... Nein, das ist aber... Ja, schön. Du sollst jetzt nicht über den Stein wundern, sondern du sollst deinen Job machen, Link. Bitte. Äh, okay. Hier. Es sieht gar nicht verdächtig aus oder so. Vor allem für Zelda-Spiele, die schon wissen, was da ist. Sieht überhaupt nicht verdächtig aus. Runter. Hallo, Blooper! Nächste Hommage, Bloopermans. Äh, Link. Achso, ja. Du kannst nicht schneller nach unten schwimmen. Okay, gut, Link. Wir haben verstanden. Cool, dass wir Freunde sind. Häp! Äh. Äh, was soll jetzt der mir bringen? Ist egal, aber schön. Geld, also gegen Geld habe ich nichts einzuwenden. Ihr wisst ja. Ich habe... Ich brauche Kohle. Und zwar jetzt langsam. Echt dringend. Ich... Aber ich wüsste zum Not, glaube ich, was ich noch machen könnte. Aber... Ja, ist egal. Im nächsten Dungeon brauche ich... Nääääääääää! Im nächsten Dungeon brauche ich auf jeden Fall was. Da wird aber der große Schlüssel drin sein. Gehe ich mir schwer davon aus. Und das war extrem cool. Gucken wir mal an. Gib mir ein Herz. Danke. Auch die Gumbas, auf die ist Verlass. Das sind gute Menschen. Wir haben zwar keine Arme, aber... Ja, wir sind trotzdem gute Menschen. Es hängt ja nicht von den Armen ab, ob es jetzt gute Menschen sind oder nicht. Äh, 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 plump. You could be a dreamer in the night and go away, your mother thinger. Und jetzt? Okay. Kann ich hier irgendwas verschieben? Nein, ich denke nicht. Gut. Und man hat auch diese... Ich mag, äh, äh, dieses Spiel hier gerade. Also ich mag eigentlich den Dungeon sehr gerne, aber anscheinend habe ich mich sonst nie so dämlich angestellt. Ich bin gerade total verwirrt, was ich eigentlich überhaupt genau machen muss. Also okay, so. Ja, das ist klar. Kennt man ja von Zelda. Ich denke, den sollte ich mir ohne Probleme holen können, den Schatz. Aber noch nicht. Wir schauen jetzt erstmal hier weiter. Ja, dann haben wir das und das. Tja, da war ich nämlich gerade. Der Dreier, okay. Äh, das sieht interessant aus und das möchte ich haben. Flop. Come on, baby. Oh, da sind wieder die Beinschleudern. Da sind wieder Christoph Dau. Zack. Na endlich, die Karte mit Start kannst du einen Blick auf sie werfen. Die Karte. Meine Freunde, hier ist die Karte. Und das soll eine, äh, ein Löwenkopf? Eine Schlange? Keine Ahnung. Soll auf jeden Fall irgendwas darstellen. Bestimmt Käse. Guter, mittelalter Gouda. Aus dem Keksregal. Was auch immer Gouda im Keksregal macht. Aber das steht jetzt hier überhaupt nicht in der Debatte. Geld. Jeder Cent ist wichtig. Sonst würde ich es gar nicht geben. Na. Ich möchte bitte... Warte mal. Guck mal, kann ich hier eigentlich... Ich probiere es. Wenn ich verkacke, dann... Wie ich es drauf habe. 50 Rubine. Sehr schön. Ja, finde ich allerdings auch. Weil das bringt mich meinem Ziel ein kleines Stückchen näher. Nur ein kleines, aber... Ach, warum gibt es... Mööö. Warte mal hier. Da auch nicht. Gut, dann kann ich nur den anderen Weg nehmen. Bin ich zufrieden mit. Hm... Äh, was hast denn jetzt passiert? Was hast denn jetzt passiert? Okay. Auf jeden Fall, da merken bitte. Das Dingens ist da oben. Ist die 3. Auf jeden Fall merken bitte. Das Dingens da oben. Ist die 3. Sehr schön. Zufrieden. So lange ich nicht mehr so eine Scheiße mache wie beim letzten Mal. Ihr wisst, was ich warte. Und jetzt machen wir ihn hier auf. Und zick, zack, schnibbidiwupp. Und schon sind wir zufrieden. Und hier ist die 2. Sehr schön. Gib mir... Gib mich ein wenig. Warum mir das... Komm runter, mein Freund. Komm runter. Ich will kurz mit dir reden. Ich will dir nichts tun, aber ich will einfach nur ganz kurz mit dir reden. Ist der vereinfacht worden? Konnte man den nicht damals irgendwie nur treffen, wenn er sich eine Salami-Sammel gemacht hat? Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, aber... Ah, du bist stärker als ich. Das ist schön. Ich gehe gleich zum nächsten. Ja, und das ist tatsächlich alles, was wir in diesem Dungeon machen müssen, um alles zu bekommen. Und... Ist doch gut, oder? War der hier oben? Oder war hier oben was komplett anderes? Ja, ihr müsst wissen, ich bin tatsächlich etwas... Äh, ne, hier oben war was anderes, oder? Ich weiß nicht, aber ich gucke jetzt lieber Sicherheitshalber nochmal nach. Ich habe es nicht so mit Sachen Intelligenz. Finde ich mein Fall. Mein Vater hat immer gesagt, schafft ihr Intelligenz... Nein, war richtig. Okay, wunderbar. Komm an. Komm an. Stirb. Einmal. Ich wünsche einen guten Appetit. Ich hoffe, wir haben wohl geruht. Hallo. Lass uns schmecken, Kollege. Ah, du bist stärker als ich. Ja, wunderbar. Kommen wir hier mal kurz lang. Was ist das mit der Karte? Ja, natürlich. Ich brauche also nicht da lang. Oh, wo war jetzt die vier? Ich glaube, ich glaube, die vier war... Äh, Scheiben. Honig, relativ am Anfang. Warte, vier hier drüben? Dann muss ich ganz ganz drüben... Hier, hoch, hoch. Schnippen. Ne, da war die vier nicht... Nein, die war unten. Okay, ich weiß wieder. Glaube ich. Mann, ich war doch immer auf diesen Digger. Kann ich nicht schon einen... Na, den Gegenstand meiner Träume haben? Gut, aber ich weiß vielleicht nicht immer... Aber ich habe... Ich bin mir jetzt sicher, dass ich Raum 4 früher gesehen habe als Raum 1. Deswegen gebe ich jetzt mal rein vom theatralischen Fakt aus und sagen... Nee. Nee. Okay, steht da? Dich möchte ich haben. Danke. Du hast aber nicht... Nee. Ich hab... Ich bin da ganz cool. Der war ja irgendwo hier drüben. Na, okay, war er nicht? Ich guck jetzt meinetwegen auch alles wieder an. Ich hab bloß mega Schiss, wenn ich... Ja, aber da drüben ist er. Kann er nicht sein, nee. Oder? War das dieser eine Raum mit den Stacheln? Gucken wir mal. Ich glaube tatsächlich, es war links hier. Come on! Du, ihr habt Angst vor mir? Ja, war er. Weiß ich noch? Ich sagte nämlich... Ne, wir haben mal... Merken wir uns. Der ist hier drüben in dem Raum. Ich bin der King. Ich bin der King mit dem Ding, Freunde. Ah, wundervoll. Und ich hätte gerne eine Sache, die ich... Gleich bald später bekomme, wenn ich... In den nächsten... Fünf Parts müsste ich es dann bekommen, schätze ich mal. Naja, so sicher bin ich mir nicht. Hallo! Du und ich, wir sind Freunde, hab ich gehört. Nett. Nett, sehr nett. Dittl, dittl, dittl. Dittl, dittl. Komm hoch, komm hoch. Wir reden. Immer mal Tacheles. Wo schlägst du eigentlich nicht zu? Ich bin nicht stärker als du. Du machst einfach nix, Freund. Freund, Lasse. So, und jetzt kriegst du eine schöne Frisur. Oh, nice. Und besiegt! Und jetzt rollen wir den Dungeon von Anfang an nochmal auf, weil ich bekomme jetzt den Enterhaken. Wundervoll. Damit kommst du über Schluchten. Ja. Und Freunde, ich würde sagen, wir benutzen jetzt erstmal so weit den Enterhaken. Wenn man sich mal was vorgenommen hat. Jetzt können wir den Dungeon nochmal komplett neu aufrollen. Hier müssen wir zum Beispiel nie wieder hin. Das ist schön. Haben wir das schon mal weg. Ich möchte natürlich alle Truhen haben. Das sind noch einige Truhen. Tatsächlich. Und das freut mich. Und jetzt nehmen wir Inia. Schön. So macht das Spaß. Der Enterhaken. Mein tatsächlicher... Ja... Lieblingsgegenstand. Doch kann ich sagen, der Lieblingsgegenstand in diesem Spiel. Ich mag ihn eigentlich auch in anderen Spielen sehr gerne. Bloß bei A Link to the Past ist er ein bisschen zu... Oder Rad. Hm. Oh. Würde ich was brauchen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Und du hast 200 Rubine gefunden. Ja! Ich kann mir meinen Bogen kaufen. Machen wir auch beim nächsten Mal. Und ich denke, dass da überall nur Geld drin ist. Und das wäre für mich ziemlich Art. Ich habe jetzt Schiss, da irgendwie die Truhen zu... Weil dann verschwinde ich ja Kohle. Ist egal. Machen wir trotzdem. Guck mal, sind die nicht süß? Oh ja. Freund. Hey, hey. Ich tue dir doch nichts. Mwahaha. Döner. Poh, tschau, Schapanzer. Glaub, gllaub. Äh, Mo, 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 Mo. Ist hier das Böse? Ne, hier war bloß irgendwie gar nichts. Äh? Okay. Oh, konnting, konnting, konnting. Wollen wir jetzt nicht drüber reden, das ist. Ich komm klar. Ich hoffe bloß, dass... ...diese eine Gegner da jetzt noch nicht kommt. Wenn doch, dann habe ich nämlich echt... ...nicht gerade ein gutes Problem, wenn ihr versteht. Ah, wunderbar. Der Stein hat ja ein Schlüssel auch gut. Also ist bestimmt ein Schlüssel auch drin. Meine Münzen sind voll. Zack, hier durch. So sieht man das doch gerne, oder? Ja, so geht's auch. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Wundervoll. Du, mit dem kleinen Schlüssel lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Haben wir auch nur fast. Oh, der große Schlüssel ist. Jetzt wissen wir ja mittlerweile. Aber wir haben jetzt den Part auch schon bald wieder beendet. Ey, das ging jetzt ja richtig, richtig fix. Aber, ähm, mein Gott. Ich würde jetzt mal nicht so sein, ne? Zack. Ah, das tut so gut, Freunde, das tut so gut. Ein ausfahrbares Schwert. Wundervoll. Was Gegenstände einsammeln kann und einfach nur cool ist. Ja, das ist jetzt toll, wenn du das machst, aber... Da geht's zum Endgegner, aber ich brauche erstmal den großen Schlüssel. Okay. Ah, ich hab noch eine Minute. Kann, nein, kann nicht. Okay, wollte ich nur wissen. Das ist aber ein seltsamer Stein. Ich hab's ja schon mal gesagt, du sollst nicht über den Stein nachdenken, wenn wir andere Sachen zu tun haben. Und zwar hier will ich noch einen. Bevor ich den Part beenden muss. Schnell. Äh, wieso? Okay. Das ist allerdings interessant. Ich kann tatsächlich nur nicht nach oben schießen mit dem Enterhaken. Okay. Na gut, geht auch so. Ich meine, wenn du dir jetzt das sicher bist. Bumba, für die möchte ich bitte ein Herzchen haben. Danke. Und runter. Und jetzt sind wir ja schon hier. Bam, 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 bam. Und können uns den großen, den wunderbar großen, den sexuell erregten. Großen Schlüssel holen. Endlich mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecker den Endbus öffnen. Und, Freunde, ich würde sagen, ich beende hier den Part. Und freue mich aufs nächste Mal Zelda. Beim nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Voll toll. Ich bin Knuddelix. Derde. Euer Nuna Flex. Bis zum nächsten Part.